Niemals ist es akzeptabel, seinen eigenen abgeleinten Hund ungefragt zu anderen angeleinten Hunden hinlaufen zu lassen. Es hat immer einen Grund, dass Hunde an der Leine laufen. Völlig egal, ob der Rückruf nicht passt, die Hunde möglicherweise artgenossen-aggressiv, reaktiv oder sonst was sind oder vielleicht auch einfach nur die Leinenführigkeit geübt werden sollen. Ein Hund, der angeleint ist, ist mit seinen Menschen verbunden und er hat sonst kein Lebewesen einfach so in die unmittelbare Nahdistanz hinzugehen. Einen abgeleinten Hund zu einem angeleinten Hund hinlaufen zu lassen, ist die, wenn ich jetzt in die Innenstadt gehen würde und im Vollsprint auf irgendwelche fremden Frauen drauf losgehen würde, die dann an beiden Armen greifen würde und die zu einem Tanz zwingen würde. Jeder würde sagen, asozial übergriffig, zu Recht. Soziale Hunde brettern nämlich nicht einfach auf andere drauf los. Hunde, die ohne Leine irgendwo hinrennen und dann entweder panisch abgerufen werden müssen oder dann gar nicht mehr reagieren, sind erstens asozial, zweitens unberechenbar und drittens potenziell gemeingefährlich und die dürfen nicht in den Freilauf. Teilt das Video gerne, damit es irgendwann wirklich auch der Letzte verstanden hat.